Wohnen in den eigenen vier Wänden in Rutsing Die insgesamt 31 Doppel- und Reihenhäuser in Rutsing laden zum Erholen ein. Mitten im Grünen, unweit der Traunauen, werden die Häuser mit einer Wohnfläche von 112 bis 128 Quadratmetern in Kooperation mit Etsy Haus errichtet. Zu erwerben sind Häuser mit einer Grundstücksfläche von 267 bis 434 Quadratmetern. Jedes Haus verfügt wahlweise über einen Keller, einen Carport oder eine Garage. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das WAG Kundenzentrum. Weitere Informationen zu diesen Projekten finden Sie auch im Internet unter www.waag.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017